Ob das Kind sich vernehmt, ob dem Gott, was nicht stimmt, der die Schuld sich verträmmt. Und was wird der Erzieher sagen? Was geht der Erzieher sagen? Vor allem, wenn's stimmt heute Abend. Heute Abend ist Elternabend. Mein Kind wird erpresst. Und du sagst mir, das ist egal. Maria ist sieben. Sieben? Wenn das Mittel gut dosiert ist. Ham, ham, ham. Ist mein Sohn sogar Pyrieter. Ham, Ham, Ham. Vitalina, Vitalin. Auf uns heiße Medizin. Ich bin Erzieher, Erzieher, ich hab' genauso eine Privatsphäre, genauso wie die Kinder. Dein Kind pass wieder in Bedien. Gerd, dieser Mann hat uns angegriffen. Wenn unser Sohn wirklich... Das bereden wir zu Hause, okay? Dennis hat mich angepasst. Dennis will nur spielen. Dennis hat nur Spaß gemacht. Manchmal will er fühlen. Dann krieg ich dann so unten ein komisches Gefühl. Denn wenn es mit mir spielen will, ist das kein Problem. Ja! 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 Ein Spiel! Ja! 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 Ja!